Sam, ich weiß, dass du in Whitebox bist. Ich kann dir helfen. Melde dich, wenn du Robertsons System erreichst. Du hast also mitgehört. Welche Überraschung. Solltest du nicht eigentlich Neuigkeiten in Bezug auf Sarah haben? Sie ist in der Warteschleife. Deshalb ruf ich an. Mach's kurz. Dad? Sarah, bist du das? Geht's dir gut? Sarah lebt. Sie sagten mir, man hätte dich getötet. Das gleiche haben sie von dir behauptet. Das ist doch sehr schön und gut zu wissen. Sorry, der ist nicht drin, Sam. Wie jetzt? Ach komm schon. Hey! Wenn mehr nicht drin ist, müssen wir das akzeptieren. Okay. Ich bin hinter dir. Für den Penal bin ich aber relativ viel besser wie ihr. Alter, was ist denn das jetzt? Alter, hab ich gerade einen Schock bekommen. Ich hab gedacht, der springt da jetzt runter. Und nun? Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Lass uns mal drunter durchgucken. Überprüf die Labore. Die Beleuchtung... Oh, wie hatten wir jetzt gerade das Licht angemacht. Bewegungssensor? Dann legt doch los. Die Wissenschaftler brauchen einen Blutfischer. Er wirft mir gerade... viel Spaß damit. Alter, was war denn das gerade, ey? Da haben wir ja gar nichts stehen gelassen. Okay. Finde ich interessant. Das hat schön gerumst. Das muss man lassen. Oh, hallo. Mist! Mist! Was? Scheiße! Wo steckt der? Kannst du ihn sehen? Ja, das wüsste ich teilweise auch gerne, wo ich stecke. Gib auf, Arschloch! Du bist erledigt! Ich sehe ihn da drüben! Ich sehe ihn da drüben! Was? Irgendwas mit Putzen? Gucken wir mal drunter durch. Hey. Scheint aber nicht viel zu machen, aber wenn wir da jetzt durchgehen, sind wir sehr wahrscheinlich tot. Bisschen wir irgendwie lautlos aufräumen. Aber ich wüsste nicht wie. Und da sind wir gerade in TS angeschrieben worden. Kommen wir da drauf? Oh je. Hey! Mit dem Scheiß kriegst du mich nicht. Komm raus! Komm, Mist! Du musst da drüben sein. Wir legen dich um, genau wie die Wissenschaftler. Da drüben ist besser! Diesmal wird es anders laufen. Angst? Richtig so. Du entwischst mir nicht. Ich werde dich erledigen. Wir haben euch alle erledigt. War auch nicht besonders schwer, um ganz ehrlich zu sein. Kommen wir da raus? Da kommen wir hoch. Gehen wir da mal hoch. Gehen wir nicht den normalen Weg. Gehen wir hier hoch. Fragt sich nur, ob uns das bringen würde. Nichts! Okay. Wo ist der jetzt? Da unten drunter. Und jetzt? Einfach runter? Nee, ist der noch da? Nee, natürlich. Jetzt ist er weg, ne? Ist klar. Klettern. Wie kommen wir da runter? Können wir uns nicht einfach fallen lassen? Ich kann Robertsons System von hier aus sehen. Schieß los, Grimm. Okay. Sorg dafür, dass der Raum für ungebetene Gäste etwas an Scham verliert. Kann sein, dass du eine Zeit lang am System bleiben musst. Und ich will nicht, dass dich jemand stört. Minen mit Fernzünder dürften dafür das Richtige sein. Los geht's. Und ich kann mich an den Raum noch fast ganz genau erinnern. Und ich weiß, dass es in dem Raum nicht so ganz ohne ist, weil da kommen immer neue Feinde per Aufzug nach oben, wenn ich das richtig verstehe. Oder beziehungsweise noch richtig weiß. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie hinbekommen, ohne zu oft zu sterben. Okay, Sam. Die Verbindung steht. Die Daten fließen. Ich bin hier also fertig? Nicht ganz. Du musst Babysitter spielen. Wenn die Verbindung abbricht, kann ich von hier aus keine neue aufbauen. Verstehe. Dann darf also niemand auf diese Kiste zugreifen. So wie es aussieht, könnte man damit sämtliche Verbindungen kappen. Ach und Sam, deine Finger sind irgendwie in dem Ding drin. So, genug geplaudert. Ich bekomme Gesellschaft. Wollen wir es doch hoffen. Bekommen wir auch mal was zu tun. Sehr schön. Bringt ihr die Blättengranate viel? Nö, bringt sie dir nicht. Ich habe schon lange meine Position gewechselt, du kleiner Lackaffel. Nimm das, du Sack. Ich warte. Los, los, los. Du stirbst wie die anderen. Wir gehen rein und schnappen ihn uns. Los. Irgendwie habe ich mir das schwerer vorgestellt. Los, los, los. Du hilfst niemandem, wenn du dich versteckst, Fischer. Du schnittst in der Hand die Granate. Ach, scheiße. Pfi, 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 pfi. Den haben wir auch. Kommt da jetzt heute noch irgendwer hoch? Ah, die Fernsehünder ist schon ausgewählt. Alles klar. Ja, los, komm. Und da waren mal welche. Werfen wir da direkt noch eine hin. 60 Prozent, ja, das geht ja noch. Number One. Trag mal, warum das Säuberungsaktion heißt. Wo steckt der Kerb? Hab dich, Fischer. Kein Ziel, wiederhole. Kein Ziel. Ja, jetzt auf einmal. Hey. 80 Prozent, fast fertig. Komm, zeig dir, was du drauf hast. Bist du oben? Okay. Zack. Reicht jetzt oder, äh, kommen da noch welche? Hier nicht. Irgendjemand verfolgt meinen Download. Ich bekomme ihn nicht abgeschüttelt. Wenn die zu mir durchkommen, fliegen meine und Sarahs Tarnung auf. Wo kommt das Signal her? Cue. Sieht nach Whitebox aus. Vermutlich Erdgeschoss. Rückverfolgung stoppen. Dann muss ich zeigen einen Raum. Vielleicht ein Testlabor. Ich bin da gewesen. Und wie kommen wir da rein? Einfach Treppe runter? Kann sein, dass du's aktivieren musst. Gehen wir doch einfach mal, würde ich sagen. Äh. Ne, da durch geht's nicht, okay. Hat mich gerade etwas verwirrt. Und runter. Und runter. Ist die Abschirmung von Whitebox dicht? So dicht wie ich nach einer Weihnachtsfeier. Jedes technische Gerät darin würde geröstet. Der Kram draußen ist ein Problem. Kannst dich also entspannen. Danke. Warum war mir das eigentlich klar? Scheiße. Er wirft ne Granate. Zum Teufel, wo ist der? Ihm auch, Arschloch. Du bist dein Elisabeth. Zeig, was du drauf hast. Teil der, dich zu verbreißern. Wo bist du denn? Okay, die Waffe haut schon rein, irgendwie. Ähm. Blend Schock EMP. Nein, dann werden wir lieber bei den EMPs. Keine Spur vom Feind. Keine Spur vom Feind. Ich bin aber noch da, du Arsch. Hallo. Okay. Sind wir hier auch noch durch? Hier mal mit großen, schönen Sprüngen. Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie ewig da drin bleiben können. Nö. Eigentlich dachte ich das nicht. Das sieht irgendwie nicht gut für dich aus. Ja. Du hast Knöpfe gedrückt. Das war nicht gut für dich. Tut mir leid. Meine Fresse, ey. Die Leute hier werden auch immer dümmer. Was steht da? Aus. Gebäude entkommen. Uh. Die hab ich jetzt gar nicht gesehen, ey. Okay, es leckt grad mega. Wir spielen hier gerade auf nichts. Fängt sich das Spiel nochmal? Okay, mein Spiel hat sich gerade geschlossen. Ich würde sagen, ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und ich hoffe, die Probleme dauern jetzt nicht länger an. Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum anderen strony. Bis zum anderen personen. Bis zum Beispiel. Wolf schöne an Empat Weekly. Das war's.